Das Altenzentrum St. Elisabeth befindet sich im schönen Filztal, im Herzen des Stauferkreises Göppingen, mit hervorragender Verkehrsanbindung. Durch die enge Kooperation von Altenzentrum, Tagespflege und Sozialstation bieten wir Ihnen ein optimales Netzwerk für alle Bereiche der pflegerischen Versorgung in Eislingen, sowohl vollstationär, teilstationär als auch ambulant. Unser Haus trägt den Namen der heiligen Elisabeth von Thüringen. Ihrem Vorbild an Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft folgend, orientieren wir unser Denken und Tun an der christlichen Nächstenliebe. Das Altenzentrum ist eine vollstationäre Einrichtung mit 154 Heimplätzen. Wie Sie wohnen und leben möchten, entscheiden Sie selbst. Möblierte Einzelzimmer mit der Möglichkeit, eigene Möbel mitzubringen oder Doppelzimmer für Paare oder Menschen, die nicht allein sein wollen, stehen Ihnen zur Verfügung. Beschäftigungs- und Bewegungstherapeuten unterstützen die pflegerische Arbeit durch ein täglich wechselndes Programm. Hier sind Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten sowie Gymnastik- und Gedächtnistraining geboten. In unserem gerontopsychiatrischen Wohnbereich werden an demenzerkrankte Menschen durch speziell weitergebildetes Fachpersonal optimal betreut. Die Tagespflege St. Elisabeth ist eine teilstationäre Leistung. Sie bietet älteren Menschen die Möglichkeit, tagsüber betreut zu werden und in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Unser Ziel ist es, dass Gäste der Tagespflege mit größtmöglicher Unabhängigkeit weiterhin oder wieder in ihrer Wohnung leben können. Die Sozialstation unseres Trägers bietet Ihnen Unterstützung und Pflege in Ihrem vertrauten häuslichen Umfeld und hilft Ihnen mit menschlicher Zuwendung, Ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Mit dem Hausnotruf gewährleisten wir im Notfall schnelle und zuverlässige Hilfe. Das mobile Mittagsmenü versorgt Sie täglich mit einer köstlichen Mahlzeit direkt ins Haus. In unserem Café-Restaurant St. Elisabeth schätzen Gäste aus der gesamten Umgebung, aber auch Heimbewohner und Angehörige die gute Küche. Für Festlichkeiten wie Geburtstagsfeiern stellen wir Ihnen gerne Räumlichkeiten und Bewirtung zur Verfügung. Wir sind offen für alle hilfsbedürftigen Menschen, ungeachtet ihrer Konfession, Weltanschauung oder Nationalität. Unser Ziel ist es, Menschen bei Krankheit und den Notsituationen, ihren Wünschen entsprechend ganzheitlich zu betreuen und zu pflegen. Unsere Arbeit lassen wir freiwillig seit 2007 regelmäßig vom Institut für Qualitätskennzeichen von sozialen Dienstleistungen überprüfen. Brauchen Sie eine umfassende Beratung in pflegerischen Angelegenheiten? Im St. Elisabeth steht Ihnen unser Sozialer Dienst jederzeit gerne zur Seite. Interessenten, Angehörige und Besucher werden hier in einem persönlichen Gespräch über das komplette Angebot des Altenzentrums informiert. Bei einer Hausführung können Sie sich gerne selbst einen Eindruck vom Altenzentrum St. Elisabeth verschaffen. Artenzentrum St. Elisabeth gesch accepting einen Eindruck von fleißen bestimmten alten NCAA und ges Window. Untertitelung des ZDF, 2020